... im Feld, die Schotten halten sowieso nicht allzu viel von Taktik, die gehen raus und dann geht's los mit Kampfkraft und viel Wille. Und die Zweiter wollen natürlich den Schotten nicht nur Parole bieten, sondern wollen sofort von der ersten Minute anzeigen, wer hier der Chef auf dem Platz ist und das Spiel bestimmen kann. Die ersten Minuten werden hier also bereits sehr interessant sein, wer bekommt das Spiel, den Ball zuerst unter Kontrolle in die Füße. Roxborough, das ist der Mann rechts, der Cheftrainer der Schotten. ... 47 Jahre alt, seit 1986, Trainer der schottischen Nationalmannschaft. Der erste Einwurfball gehört dem Schweigerhör Hottigl. Forza, für ihn ist es ja erst das zweite Länderspiel. Für Heldmann und Orel, der jetzt den Ball führt und mit der Nummer drei auch erst das fünfte. Ohrel läuft schon weit nach vorne und wird gesehen und angespielt von Hermann. Schöne Direktpassage auf Türkelmatz. Und schon kocht der Wankdorf-Kessel ein erstes Mal. Etwas zu hoch die Flanke, viel Fahrt bekommt der Ball natürlich auf dem nassen Rasen, dennoch bleibt er im Spiel, bleibt er im Ball besitzt, der Schweizer wieder mit Hermann. Das fängt nicht schlecht an, die Schweizer im Ball besitzt, die Schotten klären ihn aus und mit einem Ball. Sporza hinter dem Mann aber schon zehn Meter jenseits der Mittellinie. Mikko. Ozziker muss einwerfen, viel Bewegung, schließlich ist wieder Herrmann, der Mann, der angespielt werden kann, Herr Sutter, schön gemacht, Keltmann. Türkilmatz lauerte da auf einen eventuellen Rückpass zum Goalie, Schampi-Savares, Sforza gewinnt das Duell gegen Dürri. Sutter mit Mut, etwas viel Risiko, da weit hinten und Sforza verliert den Ball. Natürlich ein ganz böser Fehler, den aber Herr wieder gut gemacht hat. Das darf man natürlich genau nicht machen. Vielleicht die Unerfahrenheit des jungen Sforza, die hier zum Ausdruck kam, aber wir hoffen, dass dies die Warnung war, die solches einmalig bleiben lassen wird. Man sucht den Ballkontakt natürlich bei den Schweizern, will Vertrauen gewinnen. Nicht einfach blind anrennen. Alain Sutter hat sich auf die linke Seite verschoben und Schappi gefoult von McPherson. Schappi-Savares, 22-jährig, Alain Sutter und Knüpp 23, Sforza 21, Türkilmatz 24 und wie gesagt, der jüngste Schott hier auf dem Platz, älter, nämlich 26 Jahre alt. Knüpp hat zurückgestaffelt, wagt einen Schuss, arm von 20 Metern. Der Ball klickt, schickt Torhüter Gorham von den Glasgow Rangers dennoch sicher bei dieser Intervention. Hermann gewinnt das Kopfballduell gegen McColl. Knüpp steigt ein. Schönes Direktspiel. Die Schweizer stellten die Offside-Falle, ich bin nicht ganz sicher, dass Richter hier auf Abseits hätten entscheiden können. Dann muss ich Hottiger mächtig sputen. Der erste Eckball für die Schottin wird dennoch fällig. Bereits sind fünf Minuten gespielt. Fünf Minuten bereits voller Action. Sprecken. McColl wirft ein. Herr gegen McCoys. Amen. Schön gemacht von Sutter, aber ebenso gut die schottische Abwehr. Diesmal von McCall, dem Mittelfeldspieler gegen Hermann. Ottiger, einer unseres Lausanner Abwehrblocks. Der Ex-Lausanner. Da wurde ein Stossen von Chapuisat für einmal gepfiffelt. Jury und Sutter steigt ein. Sutter, der ja eher als Techniker, denn als Kämpfer gilt. Wenn er also hier schon so voll bei der Sache ist, kann es eigentlich was nicht schief gehen. Bei den Schotten hingegen ein Fauleinwurf. Der Ball gehört den Schweizern, gehört Christoph Orel. Immer wieder ist Heinz Hermann, der Mann, der sich freistellt und dann gespielt werden kann. Und wieder gewinnt Sutter ein. Stracken war sein direkter Gegenspieler. Beide haben leicht etwas abbekommen. Wie man es sicher hofft hat, furchtlos und entschlossen, die Schweizerin. Ein schöner Pass auf Dürken Mats. Er hätte durchziehen können. Keine Zeitstellung. Wieso, wieso hat er nicht auf diesen Ball gehauen? Wahrscheinlich war er weiter davon weg, als es aussah von der Tribüne her. Jury. 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 Einsatz, der wird belohnt, Schapuzaa, Türkin Mats sprintet in Sachseiz, Schapuzaa muss das alleine versuchen und das kann er. Der Schiedsrichter lässt weiterspielen. Die Attacke an Schapuzaa sicher an der Grenze des Erlaubten, um das einmal glimpflich auszudrücken, hat hier allerdings Türkin Mats aufgestimmt. Aber was da vorhin war mit Schapuzaa. Corzaa setzt sich durch, nicht ohne sich am Gegenspieler vorbeigerutet zu haben, ziemlich heftig. Also da hinten müssen die Schweizer natürlich schon mal aufpassen, die Schotten haben gefinkelte Stürmer, das ist ja klar. Das bestrebende Schweizer wird offensichtlich das Tempo zu variieren. Überraschende, schnelle Angriffe sind nur dann wirklich gefährlich, wenn nicht dauernd im hohen, aber gleichen Rhythmus gespielt wird. Rhythmuswechsel sind es, die Gift sind für eine gegnerische Verteidigung. So wie jetzt. Jetzt geht plötzlich wieder die Post ab. Ich hoffe, wir sehen es noch einmal. Hier die Ballabgabe und es stimmt, es stimmt Schapuzaa, der dann auch den vermeintlichen Trefferschuss stand bei der Ballabgabe im Absatz. Das Ganze in der zwölften Spielminute. Türkilmatt. Ja, da ist Amtchen-Schweizer-Angriff. Da können die Schotten nur unkontrolliert befreien. Dominicain, der großgewachsene Kopfballstarke-Aubir-Spieler, befindet sich unter anderem jetzt auch im Strafraum, natürlich Adrian Knubb. Und missglückt leicht der Schuss von Hotziger. Immerhin, wir dürfen feststellen, die erste Viertelstunde gehört den Schweizer. Hotziger-Angriff, Hotziger-Angriff, Hotziger-Angriff. So, Hüther-Goram, den Glasgow Rangers. Erst auf diese Saison hin hat er zu diesem renommierten schottischen Club gewechselt. Zum Meister auch. Schapuzaa versuchte hier zu erben und fast, fast wäre es gelungen. Faulspiel ans Forza, der Schiedsrichter pfeift konsequent, das kann für die Schweizer nur gut sein, denn im Infight sind die Schotten natürlich Spezialisten im Kampf an der, wie soll ich sagen, Regelwidrigkeitsgrenze. Das war natürlich auch ein Faulspiel, ganz klar. Heinz Hermann verwarmt nach diesem Foul in der 15. Spielminute. Schön gemacht auch hier von Chapuisat, unserem super Techniker. Storza versteht es immer wieder, sich sehr gut in Position zu setzen im Vergleich in Relation zum Ball und so bleibt dem Schotten nur immer das Faulspiel. Stilicke. 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 Stilicke zu Orel. dann Türkelmatz niedergerissen. Die Schotten haben ihre Probleme mit unseren Stürmen. Kein Zweifel. Knupp lauert schon wieder in der Mitte. Herr entfernt sich plötzlich weit weg und dann Knupp. Herrmann, Herrmann fuhr noch dazwischen. Schapuzas. Vorlage Herrmann und der Schotte im Zweikampf. Die Schweizer hätten sogar gerne noch einen Eckball gehabt. Das war insofern nicht nötig, als sie bereits wieder im Ballbesitz sind. Wie wirklich meistens in dieser Anfangsphase der Partie. 0 zu 0, auch nach 17 Minuten. Und für einmal ist Uli Stielicke der ruhigere der beiden Trainer bisher. Sforza ganz weit auf der linken Seite. Achtung, Chiriakos Sforza spielt mit dem Feuer. Orel hatte sich einmal jetzt noch verspätet eingesetzt werden. Schapuzas. Herrmann. Schön gemacht. Auch der Pass zu Orel. Und dann Türkelmatz. Schapuzas kam schließlich noch geschlebert, aber da war bereits nichts mehr zu machen. Die Schotten für einmal in Strafraum näher der Schweiz. Zut lässt zwei Mann stehen. Türkelmatz startet, aber der Pass von Zut vermisst er. Offensichtlich versuchen die Schweizer ihre schnellen Stürmer so einzusetzen, dass eben ihr Hauptrumpf oder einer ihrer Krümpfe die Schnelligkeit voll zu tragen kommt. Nämlich mit weiten Pässen. So können die zwar routinierten und kampfstarken, aber wahrscheinlich nicht sehr sprintschnellen Schotten in der Verteidigung überlaufen werden. Kürter wieder! Kürter! 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 Ich habe gesagt, der Einsatz hat sich gelassen. Es kommt zu einem Eingriff für die Schweiz. Es gibt sogar einen Freistoß, den Chapuisat treten wird. Und ein Beckhals. Zutter auch von der rechten Seite beim Korn. 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 Schrapp-Büsa wird gehalten und ist trotzdem nicht zu halten, nahrt seinen Gegenspieler förmlich. Freistoß für die Schweiz. Und in diesen Szenen zeigt sich natürlich die Routine. Herr Schotten, sie können sich schön von hinten heraus spielen. Vorne ist dann allerdings recht bald Schluss. Sporza hat einen freien Mann entdeckt, da kommt Herr Hottiger. Der Ball war schon fast am Goalie Gorham vorbei. Wir sehen das sicher noch einmal in der Zeitlupe. Oder auch nicht, wenn der Gegenangriff rollt. Und da sind die Schweizer kalt erwischt worden. Mo Johnston und Huber rettet. Das war natürlich die Riesenmöglichkeit für Mo Johnston, der Mann, der schon so viele Tore geschossen hat. Unglaublich, dass er diesen Treffer nicht macht. Und Huber hat einwandfrei, sauber abgewehrt. Erinnerungen werden natürlich wach ans Hinspiel, wo es einen Penalty gab. Bei einer ähnlichen Aktion damals noch vorne im Schweizer Tor gegen einen Schotten. Kein Abseits, die Chance für Schapisa. Tore! 1 zu 0! Das ist es! Das ist es! Eben skandiert und die Fans noch Schapisa, Schapisa. Und dann entwischt er der schottischen Abwehr. Und versorgt den Ball sicher. Inwieweit es Offside war? Nein, da hat ein Spieler hinten der Schotte das Offside klargehoben. Schapisa bezwingt Gorham. Die Schweiz führt 1 zu 0 nach 30 Minuten. Für den motiviert ist der 1 zu 0 werchen ist 1 von 0,5. Und die Person hier unten ist Schapisa. Und der König ist erste Formgeschäden. Und die würde delight noch nie zu Wort schmpfen. Gerneี้ erhöhte das Tool an. Auch das war kein Schuss von schlechten Eltern, natürlich von Stracken. Diese 30. Minute hat es wirklich in sich. Zunächst Moe Johnston alleine vor Huber und im Gegenzug das 1 zu 0 durch Chapuisan. Die Schweizer hatten viel Pech im Hinspiel. Vielleicht wird das jetzt nach dem alten Prinzip, dass sich Pech im Verlaufe desgleichen... ...wird das jetzt kompensiert. Schöner Pass von Hermann, wieder Chapuisan. Aber diesmal Nicol, der Liverpooler, noch dran am Ball. Es war Sutter's Absatztrick im Übrigen. Hermann und Sutter, die beiden langmähnigen Blonden. Im Schweizer Mittelfeld. Forticy, forbken,��sohn! Forty, forbken,川 Das Spiel wurde beruhigt, jetzt versuchte Sforza wohl das Tempo etwas anzuziehen, Schapfi sah plötzlich hinters der Mann. Herrmann. 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 Armin! 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 Solches können sich die Schweizer jetzt natürlich leisten. Sie führen 1 zu 0 und mit diesem 1 zu 0 in die Kabine zu gehen, wäre natürlich sicher schon einmal etwas. Wobei die Schweizer sicher nicht den Fehler machen werden, sich jetzt zurückzuziehen, sondern plötzlich sollen die Angriffe wieder rollen. Türki Mats diesmal allerdings im Abseits gestartet. Nikol, Abpraller von Türki Mats, Chapuza lauert. Aber Beuth, der Langbeinige, hatte sozusagen die größere Übersetzung und war deshalb eher am Ball. Brandgefährlich, dieser Stéphane Chapuza. Ein Wurf für die Schuhe. Ein Wurf für die Schuhe. Wird sich ärgern, doppelt und dreifach über seine verpasste Chance. Spiel sogar unterbrochen wegen eines Fouls am Schweizer, am Heldmann. Jetzt muss es passieren, bei diesem Zweikampf hier, ja, ein bisschen niedergedrückt offenbar vom schottischen Feldspiel. Feldspiel. Hermann Subter wollte gleich wieder verlängern. Und dort vorne im Umkreis von 10 Metern stand Schapisa und das war folglich eigentlich schon... Es gibt Freistoß für die Schweiz, auch wenn sich Makimi dort gekrümmt hat. Der Ball schon wieder bei Subter und Hermann. Und der weiß, wie man einen Ball kontrolliert. Sforza, der Mann mit dem etwas zu großen Risiko hinten. Da zittert man immer nicht um ihn, sondern mit ihm. Aber es ist bisher alles gut gegangen. Kampfstark Herr, es gibt zwar Freistoß gegen ihn, aber wenn dieser Angriff gleich gelangt wäre... Das wäre eine heiße Sache geworden vor dem Schweizer Tor. Ja, die haben bereits gespielt und jetzt ist Sens, richtig. Der Ball bereits gespielt. Schrecken merkte, dass er angegriffen wird und versuchte dann sozusagen einen zweiten Anlauf. Jetzt allerdings Türkilmatz in einer rekordverdächtigen Abseitsposition circa 10 Metern. Die Schweizer versuchen eben alles auszunützen, auch den Überraschungseffekt bei solchen Entscheiden. Sie tun wirklich alles für den Sieg. Orel. Das sieht gut aus. Türkilmatz und Schapisa zusammen. Rechts läuft noch einer mit. Türkilmatz geht alleine. Und Eckball. Nickel, der erfahrene Liverpooler, weiß auch nichts anderes mehr, als den Ball wegzuspedieren. Türkilmatz und Schapisa sehen wirklich Panik im gegnerischen Strafraum. Türkilmatz und Schapisa beim Korn. Knupp, Tor! Tor 2 zu 0! Knupp oder Her... Hermann war es! Heinz Hermann! Knupp trägt ja beim FC Luzern die Nummer 8. In der Nationalmannschaft ist es Heinz Hermann. Der Ball wieder an der Latte. Diesmal aber drin. Schweiz 2. Schottland 0. Was wollen wir noch mehr? Die 39. Minute. Die Schweiz hat gar keine Kopfballspezialisten. Bei den Schweizern sind alle stark mit dem Kopf. Heinz Hermanns Kopftor. 2 zu 0 und es ist noch nicht einmal Pause. Wir spielen fünfmalen. Wir spielen fünfmalen. Wir spielen fünfmalen für diesen großen Strafraum. Wir spielen fünfmalen für diesen Strafraum. Er spielt eine Fluss Card brown. Ich bin fünfmalen für diese Strafraum. Es ist noch nicht einmal zuukoilen. Ja bei uns sind eine Fluss. Mo Johnson liegt im Strafraum, muss gepflegt werden, neben physischen wohl auch psychische Leiden wegen dieses 0 zu 2, wie wird Andy Roxburgh reagieren, der schottische Coach, wahrscheinlich mit Auswechslungen, viel anders kann er gar nicht, wobei Johnson, der Mann, der die vielen Tore schießt, ihm natürlich sicher fehlen würde, Roxburgh möchte sicher eher andere auswechseln. Es war, wie wir das in der Zeitlupe gesehen haben, nicht einmal eine gegnerische Einwirkung, hier höchstens die eines Mitspielers. Noch einmal diese Szene. Ja, er wird vom Ellbogen, wie ich das sehe, vom Ellbogen des Mitspielers getroffen. Das ist natürlich Pech. Das Spiel in der 40. Minute unterbrochen. Das bedeutet also, noch 5 Minuten bis zur Pause, wenn das Spiel dann wieder aufgenommen wird. Im Kreuz hat er es offensichtlich, Johnson. Nochmals, das Opfer ist die Nummer 10, die jetzt vertexte. Vielleicht sogar erst beim Sturz hat er sich so wehgetan. Das ist natürlich schade, dass einer der großen Stars der Schotten jetzt ausscheiden muss. McAllister von Leeds wird sich berühmt, um ihn zu ersetzen. Und mit einem fairen Aufmunterungsapplaus wird der arme Johnson, der hier auf der Bahre weggefahren werden muss, verabschiedet. Es war gar nicht sein Abend. Zuerst verpasste er die ganz große Chance alleine vor Huber. Im Gegenstoß fiel das 1.0 und jetzt statt 2.0. Jetzt also noch 5 Minuten bis zum Ende der ersten Halbzeit. Swarza. Aufseits, Schöpfis Arendt noch ein bisschen, hat zwar die Fahne sicher gesehen, das bringt einige Sekunden, aber wie gesagt, es wird jetzt dann erst die erste Halbzeit abgepfiffen, nicht das Spiel. Andy, 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 Andy. Shakhúzá, 1 zu 0, 30 min, Herrmann, 2 zu 0, 39 min. Dazu noch ein Lattenschuss von Alain Sutter. Ein wegen Offsides, aber kanzler, allerdings zu recht aber kanzler, Treffen von corporation. Das alles zeigt, dass das 2 zu 0 durchaus den gezeigten Leistungen entspricht, dass die Schweizer selbstbewusst hier aufmarschiert sind und die Schotten unter Druck setzen konnten und dass sie dank ihrem variantenreichen Angriffsspiel, ihrer Technik und ihrer Schnelligkeit und dem Genie eines Schappisa zu den verdienten Treffern gekommen sind. Sutter aus 30 Meter. Auch Alain Sutter hat hier vielleicht an die ausgleichende Wirkung des Schicksals gedacht. Nach dem Motto, der erste Schuss ging unten an die Latte, der zweite muss jetzt reingehen. Alain Sutter, der ja unpässlich war mit einer Magentarmgeschichte und der erst nach dem Einlaufen sagen konnte, jawohl, Ole Stielicke, ich bin bereit für das Spiel. Magalister, verfolgt von Orel, und der lässt nicht locker. Der Ball immer noch im Spiel und es gibt... Nein, es gibt nicht Eingloss für die Schweiz, es gibt Freistoß für die Schotten. Applaus Aufsatz Etwa eine Minute noch Türkilmatz rauscht wieder einmal davon Schappisa wartet Hinten ist noch einer Uiui Knupf wartete da noch Pottiger Das Publikum ist erobert Die Schotten vorläufig auch Ich sage vorläufig Weil ja Bulgarien auch mit 2 zu 0 führte Gegen die Schweiz zur Halbzeit Und das Spiel kehrte dann noch Also kein Grund Hier schon Den Sieg Für sicher anzunehmen Eine ganze Halbzeit steht noch Zwischen dem ach so ersehnten Erwünschten Erfolg Und der Tatsache Und Achtung Die Schotten wieder mit einer guten Chance Der Ball immer noch im Spiel Aber Subtrum nimmt ihn ins Tracking ab Die Schotten WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das Spiel weiterlaufen, Stielicke zeigt, weit, weit nach vorne der Ball. Pausenpfiff, Schweiz 2, Schottland 0. Wir sind der Meinung, das war Spitze. Bitte macht das richtig. Uli Stielicke, unser Kommentator Bernhard Turmeer, hat als Schlusssatz gesagt... Und die zweite Hälfte hat begonnen jetzt. Liebe Zuschauer bei DPS, es ist das Schlimmste, um Feuerwerk abzuwenden. Offside von Türkelmanns. Malpass mit seiner Wagen, Herr Sforza aufgepasst. Sforza kann klären. Offizielle Zuschauerzahl 48.000 verloren. Unter Platz Sprecher gibt die offizielle Zuschauerzahl bekannt, die noch etwas höher ist als erwartet, nämlich 48.000 Zuschauer. Statt 44 vielleicht wurden tatsächlich noch 4.000 Billette an die schottischen Fans, die ohne Tickets angereist kamen, verkauft. Also, offizielle Zahl 48.000, so viel wie natürlich, schon lange nicht mehr. Schlimmste! 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 McCoyst mit der 9. Und da ist das 2 zu 1. Das ging jetzt aber sehr schnell. Zweite Minute. Torschütze Dury, der in der ersten Hälfte kaum an einen Balken, nur noch 2 zu 1. Und das Spiel beginnt fast schon wieder von vorne. Es ist die 3. Sie nur auf 4. Es ist die 3. Es ist die 3. Rekord. Das war eine 5. Die Zweitung. Wir hatten auch die 2. Und die 3. Also eine kalte Dusche zu Beginn der zweiten Hälfte gut zusammen die Schweizer 2 Tore vorgelegt. Scharpfüsa geht wieder einmal durch die Gegend, Scharpfär wie durch Butter, Sutter kann den Ball retten, neckbar. Und jetzt bleibt Alain Sutter liegen. Ist es bei ihm ähnlich wie bei Johnson, das Steißbein. Türkilmatz missglückte direkt am Name, Hottigram noch eine Chance. Scharpfüsa sofort reagiert und da fehlte nur sehr, sehr wenig. Fast hätten wir die zwei Tore-Differenz schon wieder gehabt. Herrlich, die Parade von Goran. Scharpfüsa reagierte sofort. Das ging sogar knapp an einem Eigentor vorbei. Verteidiger McKinney kam aus dem Hinterhalt, stand nicht im Offside. Und die Schotten haben natürlich Mut gefasst nach diesem Anschlusstreffen. Alain Sutter kehrt auf den Platz zurück nach kurzer Pflege und in die eigene Platzhälfte zurück. Solange hat Hottigram mit dem Einwurf zugewartet. Malpass wirft ein. Heldmann setzt sich durch. Gute Raumgreifende Öffnung auf Alain Sutter. Da ging ein Mann vergessen, es ist Jury, der Schütze des 2 zu 1. Aber er ging nicht vergessen, sondern er wurde abseits gestellt. Jury, der Schütze der distanz Jo 여� falar. Schütze der Schütze des 3 zu 1. Jury, der Schwestern, die Schütze des producers, ... GERIS Es läuft ganz klar nicht mehr so rund wie zu Beginn des Spiels, wie es in der ersten Hälfte. Erstens führen die Schweizer, brauchen nicht das Spiel zu machen resolut und der Gegentreffer hat sie zusätzlich natürlich jetzt etwas verunsichert. Freistoß bei Goalie Hooper, weil der schottische Gegenspieler Dury war es, mitlief ihm den Weg abzuschneiden. Versuchte Gordon den Tottenham Hotspurs, dorthin transferiert der Torschütze für die Schotten zu Beginn der zweiten Hälfte für nicht weniger als 5 Millionen Schweizer Franken umgerechnet vom Londoner Nachbarn Chelsea. Dury bei Tottenham zu Beginn der Saison bereits sehr erfolgreich, hat mehrere Treffer erzielt, hat sein Geld sozusagen bereits wieder eingespielt und hat seinen Torinstinkt jetzt also auch in diesem Länderspiel schon bewiesen. Also ein hervorragender Saisonstart von Dury an Allen Fromm. Sutter erwischt den Ball noch, aber dann hat er wohl Türkilmat mit Carl Lewis verwechselt. Nicht Abseits, sondern Freistoß für Schottland. Aber jetzt, was aufs Sais. So, der Schock des frühen Gegentreffers ist hoffentlich weggesteckt. Acht Minuten sind gespielt. In der zweiten Halbzeit, Schweiz 2, Schottland 1. Die Schotten beginnen die Bälle. Etwas eher in Kontrolle zu bringen. Die Zweikämpfe zwar ausgeglichen, aber irgendwie endet der Ball jetzt in der zweiten. Schliesslich nur an einem schottischen Fuß. In der ersten Halbzeit war es sehr umgekehrt. Herrmann dazwischen. Diskussion zwischen Schiedsrichter Lanese und Stielicke. Stielicke hat sich ereifert, weil die Szene vor ihm war und er wahrscheinlich ziemlich klar gesehen hat, dass der Ball nicht im ganzen Umfang draussen war. Heißes Szenen, die schotten jetzt immer einen halben Fuß vor den Schweizern am Ball. Jetzt gibt's Gelb gegen Dominik Herbst. Die Schweizer glaubten zunächst an einen Abseits. Es wurde aber weiter gespielt, nach Hermann jetzt also auch Herr verwarmt. Elf Minuten gespielt in der zweiten Halbzeit. Schreckante, Herzabwehr und Knupp schlägt den Ball weg. Und Schapfisa denkt sich, wartet nur, den hole ich schon noch. Malpass. In einem klaren Kopsfall-Sieger. Dann stößt McCall. Schapfisa läuft und läuft, er läuft auch jetzt wieder Richtung Strafraumgrenze. Verhindert damit, dass die Schotten den Ball zum Torhüter zurückwerfen können. Achtung, nur kein Rückpass, da wäre noch einer drein gelaufen, Hottiger. Und jetzt müsste Knupp den Ball spielen. Ganz links draußen wartet Türkin, man hat verzweifelt, weil allein. Knupp. Andy Goran, geboren in Barrie, England, hat er aber schottische Vorfahren und kann deshalb für die schottischen Nachricht spielen. Schapfisa gegen McPherson. Und jetzt kommt der Ball zu Türkinmatt. Schapfisa in der Mitte winkt. Kein Whisky, nur eine so toughen Moment für Schottlands Coach Roxborough. Eine Variante. Nur nicht mit dem Feuerspielen da hinten. Die längsten Minuten in der Trainerkarriere von Uli Stielicke laufen jetzt wahrscheinlich. Zutzer, hervorragend. Schapfisa hilft ihm. Heldmann. Achtung, hinten. Sforza schaute sich um, aber er holt das Topside selbst auf, immerhin. Der Angriff in die Breite, gequetscht vorerst. Und Hottiger Einwand fährt. Die Schweizer wechseln jetzt aus, Bickel kommt, nein es ist nicht Bickel, wer steht dort? Bernd Sutter. Nein, ich sehe Bickel. Für alle Sutter. Der Wechsel nach 60 Spielen. Der Anstelle der Nummer 10 von der Sutter, spielt da wieder Nummer 12, Thomas Bickel. Der Anstelle der Anstelle der Schimpel. Heldmann, Fräckan McPherson vorbei, ja. Das ist dann noch nicht ganz gelungen, Stracken gegen Mikkel, McKinney, den Ball müsste Orell eigentlich haben, und es gibt Eckball. Das ist der Stracken, ein bisschen aus, 34,5 Jahre. Vor drei Jahren beendete er seine Karriere an sich, bei Manchester United wurde abgeschoben nach Leeds, er lebt dort aber am zweiten Frühling und schlägt diesen Gorn. Bickels, erster gewonnener Zweikampf. Links am Bildgangs an sieht, dass sich hier noch mehr Zug da reinläuft. Die Bürger werden mit der Musik vervoller, die sie fahren und alle drei Jahre. Sie sind gleich sehr jägt. D cane, tue, 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 tue. Dere, tue, 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 tue. Wenn hier der Linienrichter Einwurf gewinkt hat, dann war es in Ordnung, aber er winkte so früh, dass er wohl auch Offside hätte meinen können. Schiedsrichter Julio Lanese lässt aber ein werden. Ja, das war der Oberarm von Sforza. Nicht zu Unrecht zeigen die Schotten an, dass hier ein Diskussionsfall Hens oder nicht vorgelegen hat, aber der Schiedsrichter hat die Diskussion mit seinem Entscheid, kein Hens eben von vornherein, von unmöglich. Aufschlief! Ausstieg! 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 Er versucht einen Flügelauf hinzulegen, aber wird einwandfrei vom Pickel gestoppt. Ausstieg! 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 Und dann ist das Spiel unterbrochen, weil ein Schotte offenbar verletzt am Boden liegt. Das macht dann den Krimi natürlich am Schluss noch spannender, vor allem wenn kein Tor mehr fällt. Denn jetzt werden wir nie wissen, wann Tullio Lanese der Schiedsrichter dann am Schluss abweicht. Zwanzig Minuten genau sind gespielt. Auch Beat Zuttr macht sich für seinen Teileinsatz bereit. Zwei Spieler dürfen ja ausgewechselt werden. 25 Minuten dauert das Spiel noch. Es hat Kraft gekostet. Die Schotten scheinen kräftemässig ein bisschen im Aufwind. Deshalb entschliesst sich wahrscheinlich Uli Stielicke hier. Beat Zuttr für Heldmann jetzt schon zu bringen. Mit dem Risiko natürlich, dass bei Alecson dann kein weiterer mehr eingesetzt werden könnte. Es scheint Stielicke jetzt aber doch noch ein bisschen früh zu sein. Die Auswechslung wird noch nicht vorgenommen. Schön hat Pickel das Problem gelöst. Dann wird Hermann gefault. Kein Pfleger deutet Schiedsrichter Lanese an. Aber der Wechsel jetzt Beat Zuttr für Heldmann. Der Bettinger hat sich wieder prächtig geschlagen in der Nationalmannschaft. Für Beat Zuttr ist es das 51. Länderspiel und damit ist er hinter Heinz Hermann der zweiterfahrenste im Team, das jetzt auf dem Platz steht. Chapuisat hatte jetzt einige Zeit lang keine Bälle mehr. Kämpft gegen Nicol. Überlässt den Einwurf Pickel. Und dann doch Hermann der ja auch weit einwerfen kann. Pickel erobert sich den Ball. Kottiger. Sutter verpasst den ersten Ballkontakt. Aber ein Wurf für die Schweiz. Es läuft hier im Stadion natürlich gemäss dieser doch eher etwas komischen UEFA-Vorschrift. Keine Mach-Schuh. Aber ich kann Ihnen sagen, dass jetzt 23 Minuten vorbei sind seit dem Angriff der zweiten Hälfte. Auf teacher, auf Freundsmann. Natürlich sind die vielen Sprints von Chapuisan und Türkimatz noch irgendwie in den Beinen unserer beiden Stürmer hängen geblieben. Sie laufen jetzt nicht mehr unbedingt jedem Fall nach, sondern nur dort, wo die Chance real ist Die Schweizer haben ja Dampf gemacht, die ganzen ersten 45 Minuten lang Und sehen sich jetzt wahrscheinlich auch kräftemäßig ein bisschen in der Defensive Nun wechseln auch die Schotten noch aus, und zwar kommt Robertson von Hearts of Midlandian McKimmy Und das ist ganz klar ein Flügelstürmer für einen Außenverteidiger Die 15 soll McLare sein, nicht Robertson, wir erhielten da zwar andere Nummern Das war ja schon bei Pickel und Sutter so, dass die die Nummern dann irgendwie noch getauscht haben Seit dem WSI, Hauptsache die Schweizer führen weiterhin mit 2 zu 1 Doch es kommt zum Eckmann Und jetzt aufstehen Und jetzt aufstehen Also Robertson spielte im Hinspiel und er ist es nicht, dann muss es also wirklich McLare sein Würde ich mich jetzt einmal festlegen McLare von Manchester United, also Mitte Nummer 15, an dem hier Hottinger den Ball spielt Bickel lanciert Türkelmatz, Achtung Türkelmatz, da fehlte wenig Und Sforza lässt sich überlaufen, vorne Dury Zum Glück weit draußen und Sforza almut sich den Ball zurück Schön wie die Schweizer hinten herausspielen Türkelmatz, da fehlte wenig 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 Schrecken schlägt die Flanke. 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 Schussmöglichkeit für Stracken. Aber dafür haben wir ja Stefan Huber im Tor, der noch nicht bezwungen worden ist. Also im Sinne einer Niederlage, natürlich hat er schon einige Treffer einstecken müssen, aber in den sieben Länderspielen, die er bestritten hat, musste die Schweizer Nationalmannschaft noch nie als Verlierer vom Platz. Schön gemacht von Wickerlauf. Der Blick zur Ruhe, 32 Minuten gespielt in der zweiten Hälfte. Wahrscheinlich gibt es eine Nachspielminute. Also es dauert noch etwas bis zum hoffentlich dann erlösenden Schlussjubel. Beat Zutzer, schön eingesetzt. Türkilmatz auch, in der Mitte läuft. Türkilmatz antritt. Beutz. Aber wieder keine gelbe Karte. Und wahrscheinlich, muss man sagen, bei Betrachten der Zeitlupe zu Recht. Weh hat's getan. Dann war der Sturz. Türkilmatz. 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 Freistoß gibt's auch. Eine Minute vergeht's. Vorbei wäre gewesen. Türkilmatz. Beat Zutters Freistoß-Flanke. Beat Zutters Freistoß-Flanke. Old Starke. GS Stracken, Ottiger, Sutter, McPherson, Hermann vorbildlichst an Kämpfensatz, Stracken allerdings auch. Für dieses Foul gibt es eine Verwarnung. Dann erhält Forza noch einen Ellbogen ins Gesicht, abseits des Geschehens. Die Schweizer hofften natürlich auf die Kompensation. Nicht gelbe Karte nach dem Türkilmaz-Zwischenfall auf der anderen Seite, aber Schiedsrichter Tullio Lanese unterscheidet. Hier halt und jetzt schöner Trick, zum Glück nicht gelungen. Jetzt aber, heißt aufgepasst hinten? Nein. Die Fahne ist oben, Offside, der Blick zur Ruhr. Wir stehen in der 36. Minuten Hälfte und immer noch stets an der Anzeigetafel. Schweiz 2, Schottland 1. Aber natürlich werden die Schotten kämpfen, bis zum letzten Kubikmillimeter Luft in ihren Dudelsäcken. Sie geben erst auf, wenn das Spiel vorbei ist. Sie werden die Schotten kämpfen, bis zum Glück nicht her. zum glück war hermann da das war schön das aufsides verhindert das muss man den schotten lassen dabei soll es aber bitte bleiben und türkilmatz holt einen outball herein stilicke sprintete schon nach dem ball aber hat sich dann natürlich anders überlegt die schweizer führen ja schließlich mal auf dieser seite mit verständnis mit pickel mcclaire und anorel strecken unermüdlich war der älteste auf dem platz aber trotzdem so scheint es noch der fitteste nach 80 minuten 82 sind es unter dessen sogar achtung der ausgleich ist da in der 83 minuten mccoy ist es der mann der eine riesen chance schon aus ließ in hälfte diesmal erfolgreich huber machte was er konnte aber beim zweiten mal war er machtlos genau unglücklich aus schweizer sicht vor die füße eines schottens braute dieser ball und schon ist vorbei mit der ganzen herrlichkeit und wir hoffen nicht dass das spiel möglichst rasch vorbei ist sondern jetzt gilt es zu hoffen dass die zeit bleibt für ein 3 zu 2 für die schnur das bringt uns an die europameisterschaft so eine freistösschance pickerl und corner Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Jetzt nur nicht das Bulgarien-Spiel umgekehrt, natürlich. Damals lagen die Schweizer 2 zu 0 zurück zur Halbzeit und gibt es 3 zu 2. Es muss ja nicht immer das Gleiche sein. Jetzt könnten ja auch die Schweizer, die die Führung einbüßen, dann trotzdem noch das 3 zu 2 schießen, würde ich mal vorschlagen. Und jetzt wird auch einmal ein Schotter verwahrt. Wenn es beim Unentschieden bleibt, dann haben die Schotten einen Punkt mehr, dann ist es einen Verlustpunkt weniger im Moment und dann sind die Schweizer auf die Schützenhilfe der Rumänen angewiesen. Also die Chancen wären dann doch kompromittiert, an die EM reisen zu können. Bei einem 3 zu 2 wäre alles anders. Knopf. Corner. Die 87. Minute. Schrapp ist als Corner. Potigaar. Knopf. 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 Sie tun wirklich alles, die Schweizer am Ende des Spiels und wohl auch ihre Kräfte. Knopf. 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 Und McCoy jetzt entschuldigt sich, hat gemerkt, dass der Orel hier wehgetan hat. Vorwärts, vorwärts, deutet Zforz an. Hermann, gutes Peskin auf Pickel, jetzt vielleicht der Abschluss. Sutter, Hottiger, Knupp, kein Abseits, eine gute Möglichkeit noch, Sutter und Handspiel oder Tor. Ich glaube Handspiel, ja ja, es wäre zu schön gewesen, aber es war einigermassen deutlich sichtbar. Ja, da kam die Hand. Aufgepasst jetzt noch auf den K.O.-Schlag, den möglichen. Die 90. Minute läuft, aber die Partie wird höchstwahrscheinlich 91 Minuten dauern. Ja, das wäre natürlich ein unentschieden der bitteren Art. Einerseits, weil die Schweizer ja den Sieg unbedingt brauchen. Andererseits, weil sie 2 zu 0 führten zur Pause und der Sieg so nahe schien. Das 2 zu 2 bedeutet noch nicht das Aus für die Schweiz im Kampf um eine Fahrkarte zu den Wacht Europas nach Schweden. Aber sie bedeutet, dass wir jetzt auf Schützenhilfe angewiesen sind. Der Rumänen, wenn dann die Rumänen eventuell die Schotten schlagen, auch noch auf diejenige der Vulkanen. Und vor allem muss man nun plötzlich auswärts in Rumänien ein Resultat machen, ein Unentschieden oder sogar einen Sieg, wenn die Schotten diese Ausgangslage dann vor jedem Spiel überhaupt noch zulassen. Off seid ihr und wir spielen die Nachspiel. Die Schweizer Nationalmannschaft allerdings bleibt ungeschlagen im Jahre 1991. Acht Spiele ohne Niederlage. Wann hat es das schon gegeben? Das sollte man dann doch auch nicht ganz außer Acht lassen, wenn es hier nicht zum Sieg reichen sollte. Aber vielleicht reicht es trotzdem noch. Gleich ist die Nachspielminute vorbei. Die Schweizer jetzt natürlich im Stil von Kamikaze kämpfen, weil ihnen das Unentschieden so ist. Wahrscheinlich der letzte Angriff dieses Spiels. Da hilft nur noch ein Ball hinein in den Strafraum und dann und dann sind natürlich die langen Kopfballstarken Schotten. Nachspiel. Die zweite Nachspielminute läuft. Offside angezeigt. Und das wird es dann wohl gewesen sein. Die Treffer von Schottwieser und Hermann wurden durch Dury und McCoy ist nach dem Seitenwechsel ausgeglichen. ganz zu Beginn der zweiten Hälfte nach zwei Minuten und ganz zum Schluss des Spiels in der 83. fielen diese verflixten zwei Gegentore. Die dritte Nachspielminute läuft. bis zum nächsten Mal. welchen o